Was geht meine Snooze Freunde? Herzlich willkommen bei den Snooze Lovers. Ich bin der Lars, hinter der Kamera steht der Nico und bei uns dreht sich alles um Snooze. Snooze sind kleine Beutel gefüllt mit Tabak und diversen Zusatzstoffe und wir wollen jetzt jede Woche für euch ein geiles Video raushauen. Wir haben schon extrem viele Ideen im Kopf, lustige Sachen, geile Reviews, Testings, alles aus dem Alltag eines Snoozers. Eins noch vorab, Snooze ist nicht zu unterschätzen, kann abhängig machen, ganz klar, ähnlich wie Zigarette von der Wirkung und deshalb seid euch da 100% sicher, dass ihr das nehmen wollt. Genau, Feier des Tages, erste Video, der Papa gönnt sich jetzt mal ein. So, man nimmt sich einfach den Snooze, für die, die es nicht kennen, ich beiß dann immer mal legendär noch mal drauf. Dann steckt man sich den Snooze in die Lippen. Frauen, bitte nicht falsch verstehen. Und dann geht's schon los. Genau. Falls ihr euch schon fragt, warum ich so schwebele, wir kommen aus dem Schwabenland, Untertitel brauche ich denke noch nicht. Ich versuche auch ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen, damit mich alle verstehen können. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich weiß, dass ihr auch richtig Bock drauf habt und heiß seid. Deshalb abonniert uns doch einfach und wir werden eure Tage versüßen. In diesem Sinne, Snooze Sikowski und Ciao.